Willkommen zu einer weiteren Folge Rot-Weiß Backstage. Wir spielen heute Mafiosi. Dafür verteile ich jetzt erstmal die Räume an alle. Mach mal ein bisschen verdeckt. Lass dich warten. Bitte, 1-0 die erste Runde. Okay, also es gibt jetzt 5 Bürger und 1 Mafiosi. Und der Mafiosi versucht jetzt dann alle Bürger nach und nach umzubringen. Und die Bürger versuchen natürlich den Mafiosi zu entlarven. Hat jeder seine Rolle? Okay. Dann schlafen jetzt alle ein. Ich geh schon mal. Der Mafiosi wacht auf und sucht sich den Opfer aus. Er ver- nervlich. Okay, also es wurde ein Opfer gefunden. Der Mafiosi schlägt wieder ein. Achso. Okay, Henry. Hast du den Schaust? Nein. Was war's? Ab der Wache wieder hoch. Ich bin tot. Ich war die ganze Zeit? Nein, nein. Alexi. Oh, du hast ungefacht. Ich war jetzt safe, wenn wir gut gebrochen. Okay, haben wir nicht gesagt, Henry wird als erstes getötet worden. Ich weiß, was das nicht ist. Flacco hat so enttäuscht geschaut und auf den Titel geguckt hat. Vor der ersten Minute. Er war enttäuscht, dass er es nicht ist. Hey, Alexis, gib mal einen Call in so richtige Gleise, wer du denkst, wer es ist. Nein, nein. Das ist doch cool. Sag euch. Aber sag. Ja, ich sag für mich selber. Oh, helme. Ja, ich sag für einen Lagunalen. Ich weiß, was der gesagt hat. Da müssen Bürger jetzt abstimmen, wenn sie dann als Afro nicht sind. Ja, wir haben nicht mal vernünftig gemacht. Ja, als ich sag Flacco ist es nicht. Okay, okay. Das heißt Flacco ist safe. Weil er so enttäuscht auf seinen Zettel geguckt hat. Ich sag, ich bin auch safe, weil ich so aufgestanden bin. Ja, okay, aber du denkst wieder, dass das clever ist von dir und dass wir auf diesen Trick reinfallen. Sag ja, aber das war schlecht von Henry. Ich sag Lemma, ein bisschen auffällig, dass er nicht redet. Herr Lemma, sagst du deine Verteidigung? Ich weiß nicht. Wasserfest. 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 Nee, aber... Flacco ist safe. Flacco ist safe. Ich will Flacco sagen, nein. Warum? Weil das war enttäuschert. Aber wir müssen einen auswählen. Ja. Ja. Wollt ihr abstimmen? Ja, wir müssen abstimmen. Flacco? Niemand. Klasse für Henry. Buki? Fuck. Jakob? Jakob, willst du auch einen Reihenverdächtigen? Bänder. Okay. Aus Prinzipien. Zeig mal dein Ding. Jakob, du bist leider tot. Du wurdest hingerichtet. Was warst du? Ich weiß nicht. Hä? Was? Du hast auch Lemma gesagt, ne? Ich bin safe, aber ich bin sicher. Lemma war dann Bürger. Oh Mann. Okay, dann schlafen alle wieder eins. Boah, diese... Oh Mann! Alle einschlafen. Augen zu. Dann wacht der Mafiosi wieder auf und sucht sich ein Opfer raus. Okay, hat den Opfer gefunden. Dann schlägt er wieder ein und das Prostor macht auch. Flacco, du bist tot. Ich wusste es. Ich wusste es auch. Ey, ich weiß jetzt doch, ey. Überleg gestern, überleg gestern, wie wir mit Ali gespielt haben. Ja, aber ich war jetzt hier zwischen euch. Ja, aber guck, ey, überleg gestern, wie wir mit Ali gespielt haben. Da hat Lemma den Call gemacht, dass er dich getötet hat, weil Ali eh auf Buki war. Und Buki ist schon auf mich. Du bist auf mich, weil ich rede, wenn ich gerade irgendwas auf Mann gesagt habe. Glaub mir. Aber warum hast du das gesagt? Ja, einfach so. Aber glaub mir. Buki, was sagst du? Das Ding ist, ich sage, der Mörder ist auf jeden Fall clever gewesen. Ja, genau. Weil wir haben alle gesagt, Flacco ist safe. Ja, ich habe gesagt, Flacco ist safe. Ja, okay. Aber ich habe dir vertraut in der Runde. So. Das heißt, Flacco wird was? Er muss Bürger sein, ne? Er muss Bürger sein, ja. So. So. Ich bin der erste Durchgang bei Henry einfach aufsteht. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, ich wäre hier rausgekommen. Junge, lass mich mal in Ruhe. Wer haben wir? Es ist einer von euch beiden, aber wer ist es? Ja, ja, okay. Es ist einer von euch beiden, aber wer ist es? Ich stehe auf. Man kann, es ist ja nur raten. Aber dieses Oh Mann von dir war schon. Ja. Den müssen wir passen. Ja. Ticker. Ich habe den nicht. Aber wir müssen gleichzeitig sagen, wenn ich aufstehe, jeder muss einen Namen sagen. Nein. Bestimmt. Warte, warte, warte. Was ist, wenn Einstand ist? Also wenn jetzt zum Beispiel Bender wählt Henry, Henry wählt ich und ich will Bender. Bender, fang du an! Ich nehme Henry. Hä? Wen nimmst du? Ja, ich nehme auch dich. Ihr seid so... Du bist so dumm, es ist so... Ich will Boki. Ja, du bist auch Boki. Ja, es ist auch Boki. Wie kommst du denn auf mich? Ich wusste, ich habe dir gesagt Boki. Ich war nicht mal im... Ihr habt diskutiert zwischen euch beiden, wer es ist. Weißt du, warum? Weißt du, wenn du... Ich bin safe. Ja, genau. Das ist richtig, aber... War nicht clever? Gestern war genauso. Gestern war genauso mit Henry. Deshalb dachte ich, heute Henry hat es gelernt. Du wolltest mir ihnen noch erklären, warum es Boki ist. Oh no! Nein! Nein! Ich hab das Boki gestern gelernt, Mann! Ich hab das Boki gestern gelernt, Mann! Okay, dann schlafen alle ein jetzt. Tschüss, schön, Mann! Warte! Hey, Lemmo, Junge! Auf und zu, Bender, auf und zu! Jack, Schambler! Dann macht er einen Post ab. Der Mafiosi wacht auf. Prost! Okay, er sitzt schon auf, oder? Alles klar. Du schlägst da wieder ein und alle wachen auf. Ja, ne, du bist dumm. Ja, das ist schön, dass du da noch rein warst. Ey, Bro! Ohne Spaß! Ich wusste, dass du drauf kriegst, Mann! Boki! Boki, Boki! Weil du Mörder bist, ne? Nicht? Ich starte aber... Ich weiß 100% wer es ist meins, wenn du sie kriegst. Okay. Dann diskutieren wir. Ich sag ehrlich, ja... Ich? Lemmo. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wir haben erste Runde... Lemmo. Hey, der hat noch nie so viel geredet. Der macht sich ganz so was echtes. Wenn du es nicht spürst, zeig dein Zettel. Aber wir haben die erste Runde, Henry muss erst tot sein. Du hast gesagt. Ich hab gesagt. Du hast gesagt. Ich hab auch gesagt. Du hast gesagt. Ich sag... Ich bleib dabei, wirklich. Aber ich hab jetzt auch... Hey, vielleicht auch umgekehrte Psychologie, aber du redest auch schon wieder ein bisschen viel wie vorhin. Ich frag... Okay, aber da war die Runde... Die allererste Runde, wo wir... Die allererste Runde... Die allererste Runde... Da hat er auf die erste Runde geredet. Findest du? Aber Lemmo ist ein bisschen auf defensiv. Ja. Macht was ihr wollt. Ich sag ehrlich. Macht was ihr wollt. Aber meine Stimme geht zu 99,9% an Lemmo. Okay. Wenn du bist falsch, wir kommen in die nächste Runde zu dir. Wenn ich jetzt falsch gesagt hab, nächste Runde, ich bin tot. Okay. 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 Okay, also habt ihr euch alle auf Lemmo geeinigt oder was? Nee. Nee. Okay, dann wer ist für Alexi? Zwei, okay. Quentin? Mookie? Ich weiß nicht. Für Lemmo? Nein. Hallo. Ist das dann leider eindeutig? Nein. 3 zu 2 eindeutig. War's gut oder nicht? Ja, ich find's wieder nicht. Ja, ist aber eindeutig. Ja, ich weiß ganz genau, wer es ist. Ja, aber das ist mal das Leben, das ihr mir gedacht habt. Wo ihr bekommt mal einen Cent. Der hat sich gefreut. Ja. Lemmo, sag mal, wer du denkst. Denkst du, was ich? Aber leise. Aber leise. Ja, und jetzt hört sie uns wieder an. Nein. Das hast du ja nicht gehört. Nein. Das ist schon gut. Ja, ja. Jetzt haben wir einen anderen A-Spiel, ist schon gut. Danke. Dann starten alle wieder ein. Alter. Der Mophilusik macht auch. Das sieht sich ja noch aus. Okay. Dann steckt er wieder ein. Und alle machen wieder auf. Wenn der Lust ist, dann ist er tot. Ey. Ey. Die Scheiße. Aber siehst du mal, schreib mich mal zurück. Sag du mal deinen Meinung. Ja, wer ist es jetzt? Wenn du so sagst. Hä? Egal. Aber warte, wir haben gesagt früher, wenn es nicht schlimmer ist, und ich sage, ich bin nicht. Und jetzt? Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Ja. Und du hast gesagt, nächste Runde bin ich tot. Ja. Kurzer Tipp, die Bürger müssen jetzt den Mafiosi finden. Sonst hat der Mafiosi wieder geholfen. Sonst hat der Mafiosi wieder geholfen. Und hätte mit Hand gesagt, meins ist nicht doof, wenn ich zweimal hinterein bin. Doch, ich schwöre. Was ist das denn für ein Argument? Man darf nicht schwören, aber... Diese Argumentation ist Salat. Ist einfach. Ist einfach. Ist einfach. Und warum sollte ich hier hinten wen umbringen? Den ziehe ich sowieso immer auf meine Seite. Warum? Weil er beeinflussbar ist. Der ist ein offenes Buch. Okay, dann sind alle guten Dinge drei und du bist. Okay, bin ich. Stimmst du für dich selber? Okay, bin ich, ja. Ja, bin ich. Also, Alexi... Guck, er geht zu dir, du sag und dann er kommt zu mir. Dein erster Lemma dreite mich. Vertraue mir, okay? Okay? Dieses Vertrauen, das ist schon wieder... Vertraue mir, du bist hundertprozentig, Mann. Oh, jetzt bin ich. Hundertprozentig. Du warst zweiter, dann bist du am Geschäft. Nein, nein. Ich habe das Lemma gemacht. Ja, Lemma war nur 99,5. Das war nämlich so. Und jetzt sag ich hundertprozentig, du ist es. Okay. Ich war... Bruder, ich chill auf mit denen. Karl auch. Stimm mal ab. Er ist für Alexi. Digger, du bist... Ja! Ich sag doch gar nicht. Ich sag doch gar nicht. Bro, wieso hast du mir nicht vertraut? Ich hab doch... Bruder, wie soll ich dir vertrauen? Ich hab schon clever gemacht. Nee, Mann. Ich hab extra auf dich jetzt gemacht. Weil ich soll gucken, was der macht. Und er hat nichts gemacht. Aber du hast das nicht eben gesagt. Was? Was soll ich dir vertrauen? Soll ich dir vertrauen? Wenn du mir vertraust, vertraue ich dir. Ich sag dir. Okay, komm. Mach mal die Augen zu. Was macht der? Ich sag dir. Der will dich hoch gucken, weil er das lachen muss, was das ist. Komm, alle schlafen ein, alle schlafen ein. Vertrauen, oh Gott. Alle schlafen ein. Der Mafiosi macht auf. Und er sucht sich ein Opfer. Okay. Dann schlägt er wieder ein. Und es warten alle auf. Wenn er durch den Punkt tut. Ey, kannst du mal ein bisschen so Geschichten erzählen, wenn wir schlafen? Ja, erzähl mal, wie er remontet wurde. Okay, Jungs, ich weiß, wie es ist. Also, Bände hoch. Nicht verrieren. Ey, ich sag, es ist Alexis. Na, ehrlich. Ich sag euch ehrlich. 9,9% ist nicht gut. 9,9%, ich find's nicht. Aber 0,1 kann sein. 0,1? Ja, wohl. Ich weiß zu 100%, dass ich es nicht bin. Nein, das geht nicht. Ich erklär mal, oder? Ja. Nix ist 100%. Ey, ich weiß es nicht. Nix ist 100% nicht. Doch. Auf eurem Schild war kein X. Auf deinem Schild, gutes Argument. Aber gucken, auf der Pille steht auch nur 99,1%. Aber auf dem Ding ist 100% ein X. Oder kein X. Oder kein X. Oder kein X. Ja, aber auch bei mir ist 100% kein X. Das sagst du ja. Aber ich muss von 99,9% aus. Aber von mir aus kannst du ja bei dir sagen, dass es 100% ist. Ja, in der ersten Runde, man kann ja nichts sagen. Ja, aber man kann ja die ganze Zeit nichts sagen. Okay, sag ehrlich. Ich sag ehrlich. Lemmo wiederverteidlich ruhig. Muss ich ehrlich bestehen? Lemmo, sag nur was für deine Verteidiger. Er geht ziemlich aggressiv auf mich. Aber jetzt. Ich hab keinen beschuldigt. Sorry Lemmo. Ich verstehe. Okay, wollt ihr schon abstimmen? Ja, weg mich raus bitte. Wer ist für Alexi? Wer ist für Lemmo? Wer ist für Lemmo? Ich bin auch für Lemmo. Wer ist für Lemmo? Wer ist für Lemmo? Ja, ich kann ja schon zeigen. Ist ja vorbei. Wer ist für Lemmo? Ah, ne, ne, ne. Ich bin auch für Lemmo. Wer ist für Lemmo? Nein. Ja, für wen bist du denn? Sorry. Wer ist für Lemmo? 2-2. Ja, okay. Dann steht 2-1. Jetzt wirst du aber nicht verloren. Beide dürfen erstmal jetzt ein Plädoyer hier. Ja, okay. Was soll ich sagen? Ich hatte meine Augen zu haben. 2 sind auf Lemmo. 2 sind auf Lemmo. Nein. Doch, doch. Die Lemmos raus. Die Lemmos sind auf Lemmo. Ja, und Lemmos lag uns auf Henry. Ja, Lemmos lag uns auf Henry. Ah, Lemmo durfte auch hier herrschen. Lemmos lag uns auf Henry. Ich bin der Einzige, der beide gewählt hat. Deswegen bin ich schwer dafür, dass wir schnick schnack schnacken. Ja, aber was soll ich sagen? Nein, nein, nein. Lemmos. Das die zeigen, die einander schnick schnacken. Nein, Lemmos, Lemmos. Wir sollen versuchen euch zu überzeugen, dass die es ist. Ja, überzeugt mich. Okay, ich habe meine Augen zu haben und habe nirgendwo draufgezeigt. Was soll ich sonst sagen? Wirklich? Lemmo? Was? 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 Nein, 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 nein. Lemmos verteidigt mich. Ich kann nur sagen, ich habe einen Zettel bekommen und war kein Kreuz drauf. Buki denkt mir, ich hatte die Augen zu. Buki, es liegt an dir. Buki, es liegt an dir. Lemmos verteidigt mich. Lemmos verteidigt mich. Ja, aber Henry verteidigt mich. Aber Henry verteidigt mich. Ich sage, wir verteidigt mich. Ich sage, wir verteidigt mich. Ich sage, wir verteidigt mich. Aber du. Aber ich muss eine wählen. Wenn ich nicht Lemmos verteidigt, ist Henry sicher. Warum? Oder Alexis? Oder du? Oder mir? Es liegt an dir. Okay. Henry wurde rausgewählt, wenn du bist tot. Das ist nicht. Mach mal spannend. Mach mal spannend. Da ist ja nichts. Du bist nicht. Okay. Du sagst Lemmos. Okay, Jungs. Ich habe Henry gesagt. Und Lemmos ist direkt zu mir gekommen. Flakko. Ja, ja. Aber du, Digga. Ich. Flakko. Okay, alles klar. Alle schlafen wieder ein. Und der macht Flusi. Er sucht sich ein Opfer aus. Okay, alles klar. Dann schlafen wir wieder ein. Und alle machen auf. Ich weiß nicht mehr, wie viele wir wollen. Okay, so. Wir treten ihn noch. Ja. Also ich sag dir, Lemmos. Bro. Wenn es nach mir gehen würde, du wärst schon längst tot. Also das Spiel wär schon längst so weit, man. Das ist mein Argument. Warum? Er geht seit zwei Runden auf mich und ich weiß. Die ganze Zeit nicht. Wann? Jetzt schon wieder. So, jetzt. Ich weiß. Beide weiß bin ich nicht. So, jetzt. Ich muss anscheinend weiß es. Hä? Ich bin nicht. Beide weiß das. Ach so. Wir schießen sich gegenseitig. Ja. Ich schieß nicht. Bro. Ich weiß noch nicht was du. Ihr werdet euch gegenseitig wählen. Ja. Guck mal. Tote Menschen reden nicht. Entschuldigung. Du willst mich. Und ich wähl Flacco. Wem willst du dann? Er hat doch schon dich gewählt. Willst du dann trotzdem mich? Ja. Obwohl ich Flacco wählen würde. Ja. Nein nein nein. Bruder. Okay. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Du bist. Okay. Ich hab dich nicht gewählt. Ich hätte Flacco gewählt. Ich hab nur gesagt. Wenn es nach mir gegangen wäre. Wärst du schon tot. Davor. Ja. Aber jetzt hab ich schon gesagt. Jetzt würde ich sagen. Ich will Flacco. Ja okay. Und du? Du. Ja okay. Und ich muss jetzt sagen. Aber ich hätte gesagt. Ich will Flacco. Aber ich will Flacco. Und ich will dich. Ich weiß was. Wir beide reden nicht. Ja. 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 Du bist. Du bist. Ja. Ja. Scheiße. Ey mein Jakob. Junge. Jacob. Ja. 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 Du hast mich gesagt. So. Danke euch fürs Zuschauen. Heute haben wir gesehen. Alexi ist in dem Spiel auf jeden Fall besser als im Kartenspiel. Ähm. Ja. Danke fürs Zuschauen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und abonniert uns bei Instagram. Ja. Ja. W-K. So. Ja. Weiter. So. Sitzt. Passt. Wackelt und hat Luft. Gibt es eigentlich eine Sitz, Passt, Wackelt und hat Luft Versicherung?